Du suchst eine Ausbildung mit Perspektive, die zu dir passt? Was hältst du davon, für die Versorgung von Millionen Menschen mit Strom und Gas zu sorgen und die Energienetze für die Zukunft fit zu machen? Dann bist du bei uns richtig, denn genau das ist unsere Aufgabe. Als Netzbetreiber bringen wir die Energie exakt dorthin, wo sie gebraucht wird. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Wir freuen uns auf neue Gesichter und bieten eine hochwertige, spannende und abwechslungsreiche Ausbildung. Zum Beispiel als Elektroniker oder Elektronikerin für Betriebstechnik. Eine Ausbildung, viele Perspektiven. Du bist selbstständig, bringst Technikverständnis mit und hast Lust auf einen vielseitigen und verantwortungsvollen Job? Dann ist dieser Ausbildungsberuf genau der richtige für dich. Als Elektroniker oder Elektronikerin bist du für den zuverlässigen Betrieb unserer Netze verantwortlich. Der Grundstein dafür wird in deiner Ausbildung gelegt. Gemeinsam mit anderen Auszubildenden lernst du zu Beginn die Grundlagen der Elektrotechnik und speziell der Energietechnik in unserer modernen Ausbildungswerkstatt. Hier findest du neben einer familiären Atmosphäre viel Zeit zum Lernen und Ausprobieren. Alles geschieht unter Betreuung von unseren erfahrenen Ausbildern. Sie unterstützen dich, achten auf deine Sicherheit und begleiten dich auf dem Übungsgelände. Dort kannst du auf und an nachgebildeten Anlagen erste Praxiserfahrung sammeln und dich so bestens auf deinen ersten Einsatz im Netzgebiet vorbereiten. In der praxisorientierten Phase deiner Ausbildung bist du mit deinem Ausbilder oder einem erfahrenen Netzmonteur an den Orten, an denen du später im Einsatz sein wirst. Sie nehmen sich dabei viel Zeit, um dir das nötige Wissen und Können weiterzugeben. Schon während der Ausbildung werden deine ganz eigenen Interessen gefördert. Dafür bietet Avacon während deiner Entwicklung verschiedene Perspektivenpfade. Ob im Hoch-, Mittel- oder Niederspannungsnetz, im Gas- oder Wärmebereich oder sogar in der IT. Du kannst bei uns nach deiner Ausbildung in verschiedenen Einsatzgebieten tätig werden. Als Monteur begleitest du eigenverantwortlich wichtige Baumaßnahmen und koordinierst im Störungsfall mit den Kollegen aus der Netzleitstelle die Störungsbeseitigung, sodass unsere Kunden schnellstmöglich wiederversorgt sind. Deine Einsatzaufträge erhältst du dabei digital. Uns beschäftigen auch viele innovative Zukunftsthemen, wie zum Beispiel die Elektromobilität. Interesse geweckt? Dann bewirb dich bei uns für eine Ausbildung zum Elektroniker bzw. Elektronikerin für Betriebstechnik. Unter www.avacon.de findest du weitere Informationen zu unseren Praktika und Ausbildungsangeboten sowie zur Onlinebewerbung.